Der Start war unkritisch. So läuft er gut? Ja guck ich mach gar nix, steuer jetzt überhaupt nicht. Aber die Latte dreht nicht? Ja da muss ich die Bremse mal einstellen. Der läuft auch wieder so wie bei deiner Muskel. Der kommt nicht gleich mit Vollpower, der läuft mit. Deswegen ist der Gleiten auch überschaubar. Ist wie eine Plastikplatte vorne dran. Die brennen sind nicht drin. Ja ich hab die nicht auf hart gestellt, vielleicht muss der auf hart stehen. Aber guck mal das Ding. Leistung hat er genug. Mach was Tiefe dabei. Ja der geht senkrecht hier. Und schöner Turn. Super. Du musst nur aufpassen, dass sie die Latte nicht abreißen kann. Jetzt ist er angelegt. Ja ist angelegt. Wie ist dein Gefühl? Hast rein. Pass hinten auf die Bäume auch. Hast rein. Das Ding läuft. Guck mal, jetzt läuft die Latte wieder. Leistung ohne Ende. Also Leistung reicht dick. Ja beim Start, der geht problemlos aus der Hand. Aber selber werfen würde ich ihn nicht. Jetzt fliegt sie schön den Berg hinterher, bis sie sich hinsetzt. Genau schön. Gut. War jetzt schon schnell, aber... Ne, ne, weiter, warte. Was? Ne, war okay. Super. Geht doch so aus der Hand, hast du gesehen. Ja, ich hab mich da... Das macht unsere Jugendgruppe hier. Das geht jetzt gleich weiter. Wollen wir schwer hoffen, Andreas. Wollen wir mal kurz chillen. Fünf Prozent. Kann man nochmal? Very hard. Kann ich auch noch machen. Ja, mach very hard. Very hard. Okay, wow, very hard. Very hard. Cut-off-Mode, Soft-Cut. Voltage-Mittel, Flight-Mode, Airplane, genau. Sorry, du hast aber auch... Ja, ich hab ja... Du hast halt mit laufendem Motor gebrochen. Was? Alter, mit laufendem Luftschrauber war ja aufladend vom... Genau. Ja, 908 hatte ich gebraucht gerade. Ja, wie für der Ziel. Kannst du ja auf dem Display sehen, oder? Ja, ja. So, jetzt guck ich mal, wie der startet. Ja. Okay? Okay. Ja. Besser jetzt raus. Ja. 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 Campea Zita. Elegant die Fläche gehoben.